Ich hab diesen Sprung so gejumpt, äh, geschafft. Ja, dann steht da halt immer nur zwei Leute, die du töten musst, ne? Ja. Du brauchst halt irgendwie noch einigermaßen viel Leben, wenn du da rüberkommst. Ja, das heißt, ich muss irgendwie reinlacken. Ja. Das find ich halt blöd, sowas. Das find ich nicht gut gelöst, muss ich ehrlich sagen. Ja, nicht raus. Weißt du, oder, dass er manchmal denn da oben steht und manchmal nicht so? Erstmal bist du halt auch rechts rumgelaufen. Ich darf am besten hier nicht laufen, das ist gleich hier oben. Ja. Die da drüben kannst du ja jetzt auch schon hinten, ne? Also, ne? Ja. Nee. Ja. Ja. Komm schon. Sieht gut aus, du bist gleich da. Die Kriegersanlage müsste mir alle hier sein. Ich habe gerade angelegt und bin auf dem Weg zu ihnen. Wir sehen uns dort, Doi. Da oben. Da oben. Da oben. Ja. Schmeißt du jemand sich weg. Ja. Geh ja mal ab. Wir müssen weg. Kommst du von irgendwo hinten noch in den Turm rein? Ich glaube, ich muss einfach mal runter. Was? Was? Na, die schießen auf dich. Meinst du, da war ein Speichelpunkt? Ja. Ja. Ja, da war einer. Darf ich jetzt auch mal nachdenken? Und so. Danke. Ich finde das auch geil, mit was für einer Frequenz sie mit einem Raketenwerfer schießen kann, ne? Da bin ich quasi wieder down. Du. Tja. Logisch. Pfff. Egal. Speicherpunkt. Und da oben ist das Leben noch. Ja. Wir sehen uns dort, Doi. Darauf kann sie wenden. Erstmal den Raketenwerfer, Chibi. So, das war's mit der Sniper. Und fettes Geschütz. Eins, sechs, sieben. Easy. Ein paar mehr halt, ne? Aber du hättest ihn auf jeden Fall. Das Blut spritzt hinten an die Sandsäcke. Ist tot. Okay. Was macht er denn da? Ich muss halt nur aufpassen, dass die anderen mich nicht pushen da. Erstmal mit stehen bleiben. Das Ding ist, die sehen dich nicht, ne? Ja, momentan nicht. So, aber gleich kommt wieder das Sniper-Eye, so. Du bist halt unheimlich weit weg noch von denen. Geräusche machen wir alle so ein bisschen wahnsinnig. Das hat unglaublich viele noch in diesem Bereich, so. Aber ich glaube auch nicht mehr als fünf Stück. Da hinten ist noch einer. So. Ah, da hinten sind auf jeden Fall noch welche. So, hier sterbe ich doch garantiert, ne? Definitiv. Da hat gerade einer auf dich geschossen. Komm, stirb doch. Nice. Weißt du, die brauchen fünf Schuss mit der Waffe, aber drei Schuss mit der Sniper, ne? Ja. So im Verhältnis ist es echt lächerlich. Ne, das ist so ein dicker Sack da unten. Die sind egal. Oder? Oh. Was krieg ich hier eben drunter? Wird schwierig, also. Ja. Ich geh erstmal rein und guck nochmal, ne? Ja. Speicherpunkt? Ja. Das war ein Speicherpunkt. Boah, nice. Man, jetzt läuft doch. So, jetzt nur noch da oben der einer. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus gerade. Ja. Und wenn du in dem Vulkan bist, ist das letzte Level. Nice one. So stand das zumindest bei Spieletipps eh. Und erst eine halbe Stunde, okay, 40 Minuten oben. Läuft doch. Da muss ich gleich irgendwo auf der rechten Seite kommen, der Typ. Die Waffe weg. Die Raketenwaffe. Ja, würde ich machen. Ja. Wobei die macht relativ viel Schaden, ne? Ja. Hey, lass es einfach so. Ja. Er ist auf der Treppe. Ja. Warte wirst du noch woanders wird. Friss Blei! WTF? Ja komm lass dich sonst sch- Ich hätte sonst gesagt, lass dich töten. Weil... Sport ist einfach nochmal kurz neu. Ne, ich glaube das ist hier auch noch ein Speicherpunkt. So, wir gucken wieder. Genau 39 Minuten. Wir gucken mal wie lange. Ich glaube es hat geladen. Ja. Nur 48 Sekunden. Das ging ja richtig schnell diesmal. Und es ist BAM. Letztes Level. Let's fuck them. Deshalb meinte ich mit wenig Leben da reingehen. Es könnte hart werden. Passt schon. Passt schon. Hab ja voll wieder. Ah, 40 Schuss im Magazin sind schon echt fucked, ne? Ja, schon ein bisschen. War das ein Raketenwerfer? Boah, Alter, dieses Spiel macht nicht wahnsinnig. Das war doch ne Rakete, oder? Ja, das war ne Raketenwerfer. Ich fände das doch schlau. Mit dem Raketenwerfer in einem Haus zu schießen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ah! 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 Oh ja. Wie soll man das machen? Ganz ehrlich, du stehst hinten in der Ecke. Du musst ihn mit der Rakete halt sofort treffen, irgendwie. Ja. Ich finde das so geil, wie die teilweise reinlaufen. Ja. Dürfte der letzte gewesen sein. Dann wollen wir doch mal. Danke für die Rüstung. Geht's Ihnen gut? Sehe ich etwa so aus? Machen Sie sich keine Sorgen, mein Kind. Die nächste Stufe erleben Sie nicht mal. Viel Spaß. Wie ruhig das jetzt alles wird. Was? Das ist doch nicht. Der macht doch nicht diesen, ich muss doch erstmal die kleinen machen. Geht's dir jetzt. Geht's dir vielleicht ein bisschen leben? Ich habe versucht so, aber geht nicht so wirklich. Ich bin jetzt. Ja. Du hast doch nicht viel gefressen. Ich glaube nachdem du den ersten gekillt hast, würde ich irgendwo versuchen anders hinzugehen. Ich kann mal nachgucken, ich kann vermutlich nebenan raus oder? Ich glaube irgendwo rechts oder links an den Seiten hoch würde ich gehen. Ja, allerdings der Typ springt ja auch wie die kleinen F***er. Der hittet dich halt instant sobald du da über die Bande guckst. Bist du halt schon wieder fast tot. Jetzt jumpt er. Ja, vorhin sind 4 oder 5 kleine so und dann er. Wir haben mit den einen und anderen Leute fliegen und jetzt versuchen irgendwie links hoch zu gehen oder rechts oder so. Der springt nach hinten. Der hat auch überall Cover ne, aber das war ganz gut so. Mhm. Immer wenn er springt, wirft er glaube ich eine Granate. Ja, ich muss halt schnell so die kleinen down kriegen. Ja. Jetzt musst du weg. Du musst da aus dieser scheiß Hecke raus. Ja, aber ich muss halt erst die kleinen machen. Das weiß ich halt nicht. Ob du nicht irgendwelchen schneller vorbekommenst oder so. Ja. Ja. Jetzt ist nur noch der Dicke da. Oder? Ja. Und ich bin High One Shot. Ja. Du darfst am Anfang nicht zu hoch raus gucken, sonst geben die dir zu viel Damage. Ja. Du verlierst instant halt richtig locker in einem Viertel deines Lebens. Und wie viel undercover da bleiben. Ja, weißt du, der wirft die Granaten auch so. Äh, ich wirf sonst immer nur 50 cm weit. Aber jetzt wirf ich mal 5 Meter. Ah! 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 Nur nur ein Fertzeug, ne? Naja, ein Add. Oder? Nein. Ah! 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 Wir haben ein verseuchtes Gebiet durchquert Das Muttergen kann nur durch Injektion verbrecht werden Ich wünschte es wäre mein Verdienst Aber ich hatte ja nicht einmal Zeit für die Vorbereitung Ich glaube in der Injektion war das drinnen Was eigentlich das Gegenmittel sein sollte Ja, deswegen hatten wir das auch genommen Wir werden sicher ein schönes Exemplar abgeben Ne Wir haben die Injektion genommen, weil das uns von der Strahlung retten sollte Aber in der Injektion waren die Muttergene Der Alter hatte immer einen Sinn für Melodramatik Leider fehlte ihm der Sinn fürs Geschäft Toll, Sie haben doch nicht etwa Natürlich habe ich Bei der Regierung habe ich schließlich gelernt, dass es für jede Waffe einen Käufer gibt Warum haben Sie Krieger nicht selbst erledigt? Die Trigenen sind sehr loyal Und Sie haben Ihren Papa getötet Ich würde mir ja gerne ansehen, was passiert Aber ich muss ein Supermuttergen verkaufen Toll, wenn Sie uns das Gegengift nicht geben, kommen Sie hier nicht lebend weg Auch wenn ich Ihnen keine Knarre an den Kopf halte Sollten Sie mir verdammt nochmal glauben Sorry, das brauche ich Verzeihen Sie mir, dass ich Ihnen nicht die Hand gebe Ich komme, mein Freund Okay, jetzt müssen wir nur noch ihn erledigen Wieso dachte ich mir schon irgendwie so weit? Ich weiß nicht, nein Das ist die Frage, wo musst du denn jetzt hin? Ich stehe mal einfach wieder zurück, oder? Ja, erst mal, ne? Wir suchen so Nein Nach oben? Ich denke nach oben Hier? Ne Schade, hätte ja leicht sein können Nope 30.000 Jahre später Ne, da glaube ich auch nicht Achso, da unten vielleicht doch unten durch die Tür, wo du gerade herausgekommen bist Ne, da bin ich ja gerade Ne, also da Du bist nur in die falsche Richtung gespawnt, glaube ich Da wird es vielleicht wieder hoch Ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache Meinst du? Oder vielleicht doch? Ich denke schon Yo Gut, also immer wenn wir nochmal was brauchen, kommen wir hier zurück, ne? Ja Du hast alle Auswahl an Waffen, was willst du denn jetzt noch nehmen, ist die Frage Hier ist noch ein Raketenwerfer, so Ne, du hast ja doch Granaten für deine Waffe Ja, dann würde ich lieber die nehmen, so Okay Nehmen wir mal einfach diese Ja, ist ja schon mit Abschnitt sogar die Geilze Ja Digga Digga, mach mal nicht diesen hier Sind Zwei Lass ihn noch ein bisschen töten, ja So, weil du kannst ja immer wieder zurück retten und neues Leben holen, weißt du Okay, ja Kann ich zielen? Darf ich zielen? Ah, wegen dem Granatwerfer Okay, gut, darauf wäre natürlich auch ganz stolz zu achten, so Aber so in einer Ecke erstmal stehen zu bleiben ist halt schon ganz schlau Aber für die linke Seite darf es nicht zu lange gebrauchen halten Das war ein Treppchen halt nicht Das war ich mit der Sniper gleich mal Okay, ist tot Jetzt kommt, müsste der Dicke gleich schon kommen, ne Oh Aber die anderen machen halt viel zu viel Schaden, ne Ich kann nichts um mit dabei Hm Ja, mach dich selber schon, wenn du hier bist, ne Weil er dagegen schießt Hm Ja, was sind die anderen vier Kriecher? Es ist so aus, als wenn die da noch was sind Ja, du hast halt hinter dir die Wand Ja, aber guck mal wie viele das waren, ne Ja, ich hab's gesehen Wie soll ich denn da vorbeikommen? Durchlaufen? Weil die großen, die Raketen treffen dich ja wie, wie immer eigentlich nie Alter So, das ging auch schon mal besser Ja Ich verstehe halt nicht woher diese scheiß Schüsse kommen Ja Ich glaub, die stehen dahinter auf dem Boden Ja Ja Aber die Sicht ist halt Das kriegst halt nur aufs Maul Hey, du musst da irgendwie weg. Sonst scheiße man mal drauf, auch wenn du jetzt drauf gehst, aber erkunde das nochmal so ein bisschen. Dann werden wir hier runter, schauen wir mal los. Weich komm ich nicht. Ja gut. Alles lächeln. Ja, okay. Ja, wie macht man das denn jetzt? Sehr gute Frage. Auch, dass das scheiß Tor nicht offen bleibt, ne? Ja, ist alles nicht so optimal, ne? Ja. Ich glaube, er ist tot. Ist auf jeden Fall kein Punkt mehr auf der Map. Ist quasi schon wieder tot, ne? Ja. 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 Was ist quasi schon wieder tot, ne? Ist quasi schon wieder tot, ne? ja ich weiß nicht so wirklich wie ich das machen soll bin ich gerade ein wenig überfragt so ich würde noch ein paar versuchen raus zu rushen ja ich muss halt als erstes beiden so am besten so die die eher die kleinen töten also die beiden klein also da da zwei also zwei links und rechts auf der anderen seite ja eben aber die auf der anderen seite auf der rechten seite kriegst du halt schlecht weg wenn da unten dieses vielleicht die beiden links weg machen und dann doch nach links versuchen wegzulaufen man kennt ihn ne du schießt gerade irgendwo gegen glaube ich ach so jetzt ist er tot so jetzt nach links weg laufen vielleicht die gibt es jetzt halt zehn von der jahre auf die mann Auf Granaten einschalten. Witzig, relaxen. Aua, 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 aua. Das sind überall keine kleinen, das sind richtig dick. Musst du glaube ich nur da drüben, oder? Ja, okay. Okay, du wurdest aber vom kleinen angehättet. Also da waren zwei vierte noch auf der Seite. Das heißt die beiden kleinen da unten weg machen, dann rüber. Also wie gesagt, das sind insgesamt vier kleine halt, ne? Zwei, die du auf der einen Seite machst und zwei, die du auf der anderen Seite machen musst. Da hattest du glaube ich schon recht. Ja. So und irgendwie musst du halt zwischendrin dann noch die beiden anderen kleinen weg machen. Ja. Die großen sind halt echt hier so scheiß langsam, ne? Wo ist er hin? Der ist weggejumpt. Keine Ahnung wo. Da steht keiner. Und da auch nicht. Die stehen. Da unten. Tod. Mit Headshots gehen die halt echt gut tot, ne? Nur der Brustpanzer von denen hält halt so viel aus. Ja. Da drüben noch einer. Okay du musst hier das gleich weg machen. Du schießt da unten vom Boden oder was? Ja. Ist auch krass wie die hinten, ne? Weißt du die anderen? Okay du schießt. Jetzt hab ich verkackt. Ja. Ich hab viel zu lange gebraucht. Okay. Aber guck mal das, der eine war halt dadurch dass er schnell verbuggt war so. Ja. Aber ich glaub das war der Boy der so viel hin und her gejumpt ist beim ersten Mal. Ja. So. Alles einmal nachladen. So. Okay. Hast du da weggesprungen? Ja. In der Tat. Also wenn er da unten festpackt so dann ist halt optimal. Aber ansonsten kannst du es nicht ändern. No und die Hö sorts bullying mit sich notorRI. bueno. Okay.